Kein Schadennnnn Ich hab irgendwie keine tolle Waffe Ok, hier mach ich ein bisschen Schaden Wenn ich mich da noch stärker... könnte das was werden Naja Das heißt nix So, nochmal eins ist weg Ne Plaute Naja Der zaubert wieder Ja 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 Dann lässt mir sein Na Armbrust Ja Das Riscometer muss nach unten, sonst wird das nix Ja Ja Naja, ich komm ja gleich zu dir rüber Ja Dann können wir spielen Ja 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 Hat es bald Mama. So, ich denke mich auch selber. Wer gegner kann, kann ich schon lange. Ja, was mache ich sonst. So, jetzt probiere ich mal was. Der Steller. Hier, 80% Trefferwahrscheinlichkeit. Das klingt doch gut. Ja, ja, Zauber gelernt. Oh ja. Und tschüss. Und der hinterlässt mir ein Schild. Wird Zeit, dass ich eine Faktorei finde. Und noch mehr von den Typen. Bei dem mache ich gleich gar keinen Schaden. Ach du meine Güte. Der spinnt doch. Das ist noch ein. Das ist noch ein Schaden. Ok. Gold, Leder, Bronze, Eisen und Stahl können kombiniert werden mal schauen ob es irgendwas schönes gibt, was ich was mal ein bisschen, was ich hab, zaubern kann nicht equipieren kombinieren das wird nicht besser, hab ich sonst noch einen Helm? ok eine Brigandina die Nema ne, das ist schlechter mal gucken, Panzerhandschuhe noch nur, Goldhandschuhe und Panzerhandschuhe machen Kettenvollsling, 1310 das klingt gut, das machen wir noch irgendwelche Rüstungen, die ich gesehen hab nein, der Rest ging ja nicht ne, ändert sich nix so, Schilder mein Rundschild Skutum macht ein Drache Schild macht ein Drache Schild mein Rundschild, mit einem Drache Schild macht ein Draconas Schild mit einem Kampfschild macht auch ein Drache Schild ne Drache Schild und hier gibt es ein Hitzeschild okay, cool wenn ich jetzt ja nur den Drache Schild nehme und den das ist ja eine schlechte Kombination wiii das gibt auch ein Hitzeschild das gibt auch ein Hitzeschild noch ein Drache Schild noch ein Drache Schild dann mach ich mir ein Hitzeschild das war glaub ich am besten diese Kombination das ist schlechter das ist schlechter das ist schlechter und das sowieso ach ja kombinieren ein wichtiger Teil dieses Spieles und ein Opalsschild na gut wahrscheinlich wenn ich den jetzt mit irgendwas verbinde dann kriege ich noch kurzer jipp die andere beiden sind einfach zu schwach die kann ich dann eigentlich wegwerfen gucken oh ich kann kein hey kann das nicht verarbeiten komisch wieder nur ein Jagdbogen ooooh schnade was kann ich denn noch machen la 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 nicht viel das geht auch nicht boah boah ein Botenstock ist ja lustig und ein Katana so was hab ich schon so was hab ich schon eigentlich wollte ich die beiden hier mal zusammenpacken aber ist die da auch nicht hey alles blöd ah ich hab nen Kriegsball das kann ich mal mit der Plaute probieren wir das wahrscheinlich auch total schlecht das Ergebnis noch ne Plaute immer ne bessere Plaute naja muss ich eh ein bisschen Platz schaffen das war das ich hab echt keine guten Waffen ja das ist blöd das ist blöd da sooooo alles wieder anlegen ... ... Profit ... So und hier wollte ich ein bisschen Platz machen So und hier wollte ich ein bisschen Platz machen